Von dem 23. Februar, dem Julianischen Frauentag, bis zum 9. November, dem Fall der Mauer, macht der Sprechsaal eine Veranstaltung, eine Veranstaltungsreihe, eine Ausstellung, diverse Ansätze zu 100-jährigen Revolutionen. Denn 1917, 2017, Vorträge, Hörspiele, diverse Diskussionen, alle möglichen Art, alle Interventionsformen werden hier an den Mann, an die Frau gebracht und an alle, die dazwischen liegen. Und wir wollen vor allen Dingen uns mit allem dazwischen beschäftigen. Was kann Hoffnung bringen? Wie können wir das Wollen wieder wollen? Und wie können wir die Revolution in der Zukunft verankern, ohne dass es Tote gibt und trotzdem sich alles verändert? Morgen, 19 Uhr, 23. Februar bis 22 Uhr, 9. November, Sprechsaal-Marienstraße.